herzlich willkommen zu einem neuen shop video heute oder gestern kam ja das update mit tilt town raus und dort ging ja das stream wirklich komplett ab wir haben jetzt die 70 abonnenten erreicht genauso gestern das shop video über 50 aufrufe wirklich vielen vielen dank für euren support behalte ich es gerne bei und dann schaffen wir wirklich bis zum ende des monats 100 abonnenten würde ich wirklich riesig riesig freuen schreibt mir gerne feedback in die kommentare und ich würde jetzt sagen mal was denn heute im item shop ist wir haben heute die dunkel splitter picke und spitzhacke aus dem rauer westen set also aus dem gleichen set der das ja gestern auch schon drin war ist reaktiv sieht auch eigentlich ganz nett aus und verwandelt sich wenn du schaden verursacht oder länger als andere spiele überlebt dann haben wir den deadfire skin wieder zurück ich habe es noch gestern gesagt hier richtig seltener skin und jetzt damit wieder zurück ja auch reaktiv wieder wenn du schaden verursacht oder länger als andere spiele überlebt dann updatete sich eben halt und dann haben wir noch eine neue lackierung und zwar fraktal punkt sieht ja mal übelst krass aus aus dem 0.z und hat hier im prinzip so ein strudel richtig drauf oh mein gott auf der smg sieht ja richtig cool aus weil einfach wenn man den ganzen strudel sehen kann es ist schon eine geile lackierung auch hier drauf am coolsten finde sie tatsächlich auf dem roboter auf das gar auf der smg und auf dem annäherungsgranatwerfer weil das außen nicht ganz spektakulär aussieht und deshalb ist besser wenn dann mehr vom animierten darauf ist dann haben wir hier auch den anderen teil vom rauer westen set und zwar einmal rio grande mit zwei verschiedenen stilen einmal mit hut einmal ohne hut nicht ganz coolen skin hat auch im backpack sieht definitiv ganz nice aus gefällt mir auf jeden fall dann habe ich hier noch mal den grenzläufer auch wieder ohne hut und mit hut und mit so einem sprengrucksack mit dynamit unten dann gefällt mir auch dazu haben wir natürlich noch die lange horn spitzhacke ist auch eine coole spitzhacke hat auch einen coolen sound gefällt mir auf jeden fall dann haben wir die gaunerin war glaube ich auch schon lange nicht mehr im shop drin ist ein ganz netter skin wobei ich den jetzt für episch definitiv zu teuer finde wäre eher so ein blauer oder grüner skin vielleicht mit backpacken blauer skin aber so ein bisschen zu teuer dann haben wir voll ab lachen wenn man so etwas macht fühlt man sich natürlich komplett getriggerter gegner und ist auf jeden fall ganz witzig eigentlich dann habe okay gage den skin habe ich noch nie gesehen da auch wieder diesen havoc skin glaube ich unten drunter im prinzip ist eigentlich echt ganz nett und für 800 wie wachs wird das gehen ganz nice aus der name sternstab die leuchtet glaube ich mit der zeit immer ein bisschen den jongens neißen sound und so sieht ganz cool aus kann sich auf ihn verkaufen da müssen wir einmal hier die musik an machen wir haben dann total funky als musik ein bisschen eben halt diesen einen mod gemixt das ganze in ordnung auf jeden fall machen musik wieder aus und dann haben wir noch den tiefen deb ist auch nicht schlecht 200 box gehen dafür klar und dann schauen wir noch mal in rettet welt modus rein dort wird sich auch morgen der shop dann wieder aktualisieren also wöchentliche shop allerdings gucken was heute für ein lama drin ist wir haben fernwaffen lama lohnt sich nicht weil die meisten items hier drin einfach unnötig sind man hat sich verliegend derer und deshalb lohnt sich das nicht hier weiterhin sparte ich die tickets auf bis event lamas kommen und das wasser mit dem video bis zum nächsten video ciao